Was denkst du dir gerade, wenn du mich hier grün, Ton in Ton mit meinen Bildern setzt? Was macht zum Beispiel die Farbe grün mit dir? Ist das für dich ein Wald, eine Wiese? Ist grün wie da hinten ein Stück mehr, ein Stück mehr blau, mehr grün? Was ist grün? Was verbindest du? Was löst es in dir aus? Genau über solche Dinge möchten wir uns austauschen. Was ist sonst noch alles möglich? Grün, es gibt ein wunderbares Lied, es ist grün, so grün, wenn Spaniens Blüten blühen. Ich wünsche mir, dass du auch dabei bist, in dich kehrst und dir Gedanken darüber machst, was Worte mit dir machen. Die Alltagssprache und da im Kopf, dass sie rauskommt. Dass du dich besser verstehst und wenn du dich verstehst, dann verstehen dich alle anderen. Ja, in diesem Sinne, das war wieder die Ruth, die Ruth Achelier, dein Coach für mehr Lebensqualität und see you soon.